Auch der zweite Tag des 53. ADAC Autocross hat viel zu bieten. Noch entspannen die Akteure, jeder auf seine Weise. Ob letzte Kosmetik an der Maschine bei Florian Kunkel oder soziale Medien bei Christian Macell. Benjamin Hattendorf lässt sein Arbeitsgerät fliegen. Die beiden letzten Läufe der Landesmeisterschaft bei den Senioren 1 stehen aus. Bei Westernwetter und Top-Streckenverhältnissen schnappt sich Arne Mösch die 98 die erste Kurve. Mit Glück könnte er noch in die Top 5 der Landeswertung kommen. Florian Kunkel ist gestürzt, ein schlechter Anfang. Arne Mösch legt ein Höllentempo vor. Die Strecke liegt ihm und die Maschine läuft. Da ihm zwei Läufe punktemäßig fehlen, ist er auf die Unterstützung der Konkurrenz durch Ausfälle angewiesen. Benjamin Hattendorf mit der 587 liegt in der Landesmeisterschaft auf Platz 2. Einen Punkt vor Florian Kunkel, der gerade gestürzt war. Michael Dittmann, Startnummer 80, belegt zur Zeit Platz 5 in der Landesmeisterschaft. Hattendorf arbeitet sich im Feld nach vorne. Sieht gut aus für die Vizemeisterschaft. Mösch bügelt die Wellen weg wie nichts, aber kein Konkurrent will ausfallen. Der Führende der Landesmeisterschaft, Macei, guckt so um Platz 10 herum. Aber seine 44 Punkte Vorsprung sind kaum aufzuholen, wenn er denn nicht ausfällt. Also, Ankommen ist angesagt zum Siegen. Und, so kommt es dann auch. Sein 10. Platz reicht, um die Landesmeisterschaft einzufahren. Der Sieg hat Arne Mösch nichts gebracht. Keiner ist ausgefallen. Er ist immer noch auf der 6. Position. Aber Mösch lässt sich die gute Laune nicht verderben. Vielleicht geht ja was beim Tagessieg. Benjamin Hattendorf hat seit dem Vizeposition gefestigt. Aber er muss trotzdem nochmal ankommen. André Brandrin von Führter noch ein bisschen Positionszauber. Mal sehen, ob die kleine Zauberin helfen kann. Auf zum zweiten Lauf und wieder ist Arne Mösch vorne. Aber auch seine Konkurrenten kommen gut durch. Weniger die drei am Ende des Rädes. Mösch schon wieder auf und davon. Hattendorf, Wolter und Dittmann folgen. Nur Mösch, Dittmann und Hattendorf fahren Rundenzeiten von unter 2.10. Mösch sogar 2.06.8.7.2. Und was macht Florian Kunkel? Nach Sturz im ersten Lauf belegte er dort noch Platz 7. Jetzt hat er sich auch den dritten Platz vorgearbeitet. Mösch siegt wieder und wird Tageszieger. Aber verbessert sich kein Platz in der Landesmeisterschaft. Hattendorf Platz 2 in der LM. Und Florian Kunkel schafft das auch aufs Treppchen. Und so sieht der Landesmeister 2022, Christian Macei, aus. Stilvolles Ambiente bei Sven Speckhahn, einem Ü40-Quad-Starter. Aber gute Laune geht auch kleiner wie bei Jonny Hüftmann, einem der vielen Dretzer Starter. Das Aufstellen zum Start ist bei den Quads etwas schwieriger. Dretz ist eine Quad-Hochburg. Allein fünf Starter vom MC Dretz, mindestens drei mit Trämpchen-Ambitionen. Den besten Starter wünscht Niklas Wendt die 76 vom MC Dretz, gefolgt von Leon Tietzer und dem Dretzer Lukas Eichmann die 116. Ja, die Kisten sind ziemlich breit. Und der 111 Johnny Hüftmann ist seine gute Laune von vorhin vergangen. Das wird jetzt hart. Niklas Wendt kann seine Streckenkenntnis nutzen. Immer noch Tietze hinter ihm, dann Reichmann. Eine Runde ist hier 1780 Meter lang. Die Quads sind deutlich langsamer als die Zweiräder. Bestzeit in dem Lauf Niklas Wendt mit 215-865. Das ist ein 47er Schnitt. Enrico Schwarzlose, die 6, ist bester ÖG-40-Fahrer. Sieht schon ziemlich spektakulär aus auf dem Waschbrett. Tietze vor Eichmann. Bewundern wir mal die Top-Fahrer. Jordi Niklas Gieler, der führende in der LVMX Quad. Ihm kann nur Leon Tietze gefährlich werden. Niklas Wendt liegt hier auf Platz 3. Im Gegensatz dazu bei der Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg. Da führt Wendt vor Schmidt und Schwarzlose. Im Rennen Wendt momentan verfolgt von Tietze. Schwarzlose führt zusätzlich die Ü40-Wertung an. Lukas Eichmann fährt auf Leon Tietze auf. Da geht noch was. Hier geht nichts mehr. Frust bei John Tietke. Lauf beendet für den Drehzahl. Eichmann hat Tietze überholt. Johnny Höftmann kämpft sich nach seinem Steher am Anfang bis auf Platz 11 vor. Niklas Wendt gewinnt den ersten Lauf souverän mit knapp 17 Sekunden Vorsprung. Eichmann und Gieler folgen. Tietze fällt auf 4 zurück. Das war ein guter Anfang für Niklas Wendt und Platz 1, 2 und 5 für den MC Dreh zum ersten Lauf. Im zweiten Lauf startet Jordi Niklas Gieler am besten. Er kommt vor Wendt und Eichmann um die erste Kurve. Gieler in diesem Jahr top unterwegs. Nur erste und zweite Plätze in der LVMX Quad. Da kommt nur Tietze mit für Siegen etwas in die Nähe. Aber hier ist Drehzahland und damit muss er sich mit Niklas Wendt in den Lokalmatadoren herumschlagen. Platz 3 wird zwischen Eichmann, Tietze und Schmidt entschieden. 20 Quad sind am Start, 11 bleiben in einer Runde. Wendt kann Gieler nicht halten, bleibt aber in Schlagdistanz. Auch die schönsten Quad können auswählen Sven Speckhahn draußen. Drehz war bei dem tollen Wetter sehr gut besucht. Die Zuschauer hatten Spaß am Duell Gieler-Wendt, obwohl die meisten auf einen Sieg des Drehzers hofften. Aber Gieler zeigt keine Schwäche und hält den Abstand konstant. Trotzdem wird der Lauf für den MC Drehz wieder ein Erfolg. Platz 2, 3 und 5 ist ein starkes Ergebnis. Es reicht auch für den Tagessieg von Niklas Wendt, der damit die Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg gewinnt und Platz 3 im LVMX Quad holt. Laut Sieger und LVMX Quad-Meister ist Jordan Niklas Gieler, der hier ausgiebig geduscht wird. Niklas Wendt freut sich mit Enrico Schwarzlose, der die U40-Wertung gewinnt. Sie wollen den DM-Titel Weißschneider. Und sie wollen den Pokalsieg, Hengster Jan, das einzige Mixteam. Peter De Bruyne können theoretisch auch noch Meister werden. Und die Lokalmatadore Engelbrecht-Karnatz wollen Pornospaß haben. Das kann spannend werden, wird es auch. Der beste Start für Peter mit Co. De Bruyne. Dann schon Engelbrecht-Karnatz, erster hinter die führenden Weißschneider. Lang Blume halten erlige Botour auf, die zweiten im Pokal. Die ersten Kurven sordieren sich alle erstmal ein. Die ersten drei im Vergleich. Weißschneider fahren deutlich schnellere Zeiten als der Rest des Feldes, 8 bis 9 Sekunden sind es. Obwohl Karnatz, Engelbrecht dieses Jahr kaum gefahren sind, halten sie in der Spitze voll mit. Peter De Bruyne können sich nach und nach immer weiter absetzen. Die ersten drei liegen in ihren Rundenzeiten nur knapp über eine Sekunde auseinander. Weißschneider haben Engelbrecht-Karnatz überholt. Da macht sich schon die Rennroutine des Jahres etwas bemerkbar. Patrick Hengster und Selina Jahn sind auf Fokalkurs, obwohl Erlige Botour mittlerweile auf Platz 4 im Lauf liegen. Die Wände im Rennen, Weißschneider mit Problemen und Engelbrecht-Karnatz bekommen Platz 2 zurück. Adrian Peter und Niki De Bruyne siegen überlegen, Engelbrecht-Karnatz belegen den zweiten Platz. Aber Platz 3 reicht für Benjamin Weiß und Patrick Schneider, um den deutschen Meistertitel einzufahren. Mal sehen, was noch im zweiten Lauf für Engelbrecht-Karnatz geht. Fängt ja gut an. Bester Start und Kurve 1 gehören Ihnen. Weißschneider direkt dahinter. So eine Führung ist doch ganz nett, muss man auskosten, solange es geht. Aber jetzt machen die frischgebackenen deutschen Meister ernst und gehen innen vorbei. Auch die Teams der zweiten Hälfte zeigen akrobatisches. Engelbrecht-Karnatz spüren die letzten 21 Kilometer noch in den Knochen. Es geht nicht mehr ganz so schnell. Weißschneider drehen auf und fahren als Einzige eine Rundenzeit von unter 2.30. Damit gab es fast sieben Sekunden auf die gewiss nicht langsamen Peter De Bruyne, die noch hinter Engelbrecht-Karnatz liegen. Erdicke Votour sind hier wieder bestes Pokalteam. Engelbrecht-Karnatz halten immer noch den zweiten Platz. Weißschneider haben jetzt schon einen großen Vorsprung. Peter De Bruyne kommt immer näher an Karnatz Engelbrecht. Hengster Jan innen im tiefen Sand von Drehz. Ein Gespann kann überall mal stecken bleiben, wenn man zu langsam ist. Über 30 Sekunden Vorsprung für Weißschneider. Hengster Jan kommen an. Laufsieg für Benjamin Weiß und Patrick Schneider. In der Tageswertung siegen aber Peter De Bruyne. Küsschen für Patrick Hengster von Celina Jan zum Pokalsieg. Fix und fertig. Tolle Leistung von Sebastian Engelbrecht und John Karnatz. Und Glückwünsche an die Meister 2022 Benjamin Weiß, Patrick Schneider. Zwischendurch gab es noch einen Heiratsantrag über Mikrofon, wie man sieht, angenommen. Es war ein tolles Wochenende in Drehz gewesen. Wetter überwiegend top, die Organisation funktionierte super und viele spannende Rennen. Wie so nur ist das Jahr schon zu Ende.